Die Inhalte für Ausbildung in der E&D-Jugend werden in sechs zentrale Trainingsbausteine aufgegliedert. Das Spielen in der Manndeckung basiert auf einer intensiven, individuellen Ausbildung, die in vielfältigen, vorbereitenden Übungen in spielerischer Form erworben werden kann. Mit diesen sechs methodisch aufgebauten Trainingsbausteinen lernen ihre Kinder altersgemäß und motivierend das Spielen in der Manndeckung. Neben kleinen Spielen steht dabei vor allem das Spiel 1 gegen 1 im Mittelpunkt. Los geht's mit den kleinen Spielen. Beim Parteiball mit Absitzen agiert die Abwehr mit Manndeckung. Die Angreifer können Punkte erzielen, wenn ein sitzender Angreifer den Ball erzielen. Geschult werden zwei Grundprinzipien des Angriffs gegen eine offensive Abwehr. Erstens Vorfahrt für den Ballführer. Jeder Spieler mit Ball muss versuchen, Lücken in der Abwehr zu erkennen und sie mit hohem Tempo zu nutzen. Das ist sein Recht, aber auch seine Verpflichtung.